Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Drive, Chill & Grill. Heute möchten wir Ihnen unser zweites Video zu unserer Wohnmobilreise an die Nordsee zeigen. In unserem zweiten Video werden Sie schöne Impressionen aus Ostfriesland sehen. Wir sehen uns später, bis bald! Wir sehen uns später, bis bald! Wir sehen uns später, bis bald! Hallo liebe Zuschauer, was gefällt mir besonders am Ostfriesland? Ostfriesland ist ein wunderbares Land. Und was mir auch sehr gut gefällt, das sind die Möwen, das ist das Meer und das sind die Schiffe. Musik 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 Ja, und was mir auch noch gefällt, das sind natürlich der Tee. Wenn Sie in Ostfriesland kommen und gleich in ein schönes Restaurant gehen und sagen, ich möchte gern ein Kopke Tee mit Kluntjes. Tee ist super und Tee schmeckt in Ostfriesland hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Musik 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 Ja, und das, was ich besonders liebe, das sind Fischbrötchen. Fischbrötchen schmecken Ostfriesland unter mir hervorragend und besonders gut. Darum liebe ich Fischbrötchen und darum liebe ich auch Ostfriesland. Musik 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 Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie noch da sind. Ich hoffe, unser Video hat Ihnen gefallen. Wenn das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bald.